Hallo und herzlich willkommen zum Landefeld Online-Magazin. Heute möchte ich Ihnen unsere neuen Ventilserien vorstellen. Die Serien VUVS und VUVG unseres Vertriebspartners Festo haben uns derart überzeugt, dass wir diese in unser Standardprogramm aufgenommen haben und somit finden Sie diese Produkte ab sofort in hohen Stückzahlen und zu entsprechend guten Konditionen in unserem Onlineshop. Die kompakte, bauraumoptimierte Serie VUVG bieten wir in allen herkömmlichen Ventilfunktionen als 3-2-, 5-2- und 5-3-Wegeventil an. Die Besonderheit hierbei sind die unterschiedlichen Bauformen, in denen die Ventile in den breiten 10 und 14 mm angeboten werden. Nämlich zum Beispiel als Muffenventil in M5, M7 oder ein Achtel Zoll für die Einzelmontage, in der Sie die Anschlüsse direkt mit entsprechenden Steckanschlüssen oder Schalldämpfern versehen können. Möchten Sie diese Muffenventile nun dennoch auf einer Reihenleiste montieren, besteht diese Möglichkeit über ein im Zugehör erhältliches Dichtungsset, bestehend aus den benötigten Schrauben und der entsprechenden Dichtung. Und Sie können diese auf eine PAS-Reihenleiste zu einem Ventiltürmel kombinieren. Darüber hinaus gibt es das Ventil direkt als Anschlussplattenventil. Alle fünf Arbeitsanschlüsse gehen dabei aus dem Ventilgehäuse nach unten weg und die Ventile werden von Haus aus mit entsprechenden Dichtungen und Schrauben geliefert. Dabei ist dann zu beachten, dass bei der Reihenleiste die Arbeitsanschlüsse 2 und 4 nicht mehr oben aus dem Ventilgehäuse austreten, sondern stirnseitig an der Anschlussleiste. Im Festo-Programm gibt es noch das sogenannte Halbmuffenventil, was wir in unserem Online-Shop ausschließlich als Originalteil von Festo vertreiben. Dieses Ventil ist wie ein Muffenventil aufgebaut, wird aber bei Anlieferung direkt mit den entsprechenden Flächendichtungen und Schrauben für die Montage auf einer Reihenleiste ausgeliefert. Ein besonderes Highlight ist bei diesen Ventilen der elektrische Anschluss, den Sie ohne die Montage eines herkömmlichen Würfelsteckers einfach über einen M8-Kabelstecker herstellen oder Sie greifen auf einen vormontierten Stecker mit einem H-Rechteckstecker zurück. Für diese Serie haben wir extra ein paar vorkonfektionierte Kabelsätze in unser Standardprogramm aufgenommen. Sollten Sie Interesse an einer anderen elektrischen Ansteuerung haben, wie zum Beispiel über Multipol oder über Festo iPort, das System IO-Link, dann sprechen Sie uns doch bitte gezielt an und wir finden eine individuelle Lösung für Sie. Soweit zu diesen neun tollen Serien, die Sie, wie Sie es bei uns gewohnt sind, mit einer Verfügbarkeitablage in unserem Online-Shop finden. Schauen Sie wieder rein unter www.landefeld.de oder in unserem Blog. Bis zum nächsten Mal.